Aber Feindbilder sind natürlich wahnsinnig nützlich. Wenn man ein Feindbild hat, dann weiß man schon mal, wer an allem schuld ist. Und das ist gerade für uns Deutsche, die wir nie an irgendetwas schuld sind, ein grausartiges Gefühl. Beliebtestes Feindbild zur Zeit natürlich Putin, der Gutmensch, der Sozialschmarotzer, der Schwude, der Langzeitarbeitslose, die Inflation und die EU. Wenn Sie ohne nachzudenken, sich wirklich gut fühlen wollen, dann schaffen Sie sich am besten mehrere Feindbilder an. Wenn Sie also fest davon überzeugt sind, dass schwul-lesbische, arbeitslose EU-Freunde mit inflationärem Migrationshintergrund schuld an allem sind, dann fühlen Sie sich als aufrechter Mensch und nicht als das reaktionäre, hasserfüllte Arschloch, das Sie in Wirklichkeit sind. Und wenn Sie jetzt sagen, toll, so ein Feindbild, ist ja super praktisch. Wo kriege ich denn sowas her? Ganz einfach. Feindbildmalen ist der einfachste Kurs an der Volksunterdrückungshochschule. Ich zeige Ihnen mal, wie einfach es ist, sich ein Feindbild zu malen. Herr von Wagner? Ja? Ja, machen Sie mal auf. Wer kommt denn jetzt noch? Ah, der Russe steht vor der Tür. Ich mach mal auf, ja? Herr von Wagner, lesen Sie keine Zeitung? Was? Wir müssen uns verteidigen. Ja, aber wieso denn? Der sieht doch ganz friedlich aus. Vielleicht will er einfach nur mitmachen bei Europa. Nein, ich rede mal mit ihm. Der lässt nicht mit sich reden. Das ist ein Soldat. Den hat Putin geschickt. Russische Soldaten erkennt man jetzt immer daran, dass sie keine Uniformen tragen. Wissen Sie, ich rede einfach mit ihm. Ich will verstehen, was er will. Halt erst. Erst kommt das Verstehen, dann das Nachgeben. Und hast du nicht gesehen, liest Ihre Tochter nur noch Tolstoi. Hören Sie mal. Also Krieg und Frieden ist ein herausragendes Werk der Weltliteratur. Ja, der Idiot auch. Okay, jetzt hören Sie auf. Halt! Herr von Wagner, ich mache mir ernsthaft Sorgen um Ihre Werte. Ich muss das mal überprüfen. Setzen Sie sich mal hier hin. Okay, ja. Ich habe wirklich Angst, Ihnen die Sicherheit dieser Anstalt weiter anzuvertrauen. Ah, was ist das denn? Keine Sorge. Das ist ein Original-Ivanometer aus dem Jahre 1962. Beginnen wir mit der Untersuchung. Was? Was? Herr von Wagner, ich zeige Ihnen jetzt ein Bild. Sagen Sie mir, wo ist der Unterschied? Äh, ich sehe keinen. Ich meine... Hör auf! Ja, ey! War das jetzt falsch? Links sehen wir friedfertige Bürger, die ein besetztes Regierungsgebäude befreien. Die gehören zu uns. Rechts sehen wir gewaltbereite Militaristen, die brutal ein Regierungsgebäude besetzen. Ja, aber die machen doch beide dasselbe. Ich meine... Au! Hören Sie mal auf! Es kommt nicht drauf an, was man macht, sondern wo man es macht. Ja, aber gut und böse ist doch keine Frage der Geografie. Ach nein? Noch ein Bild. Schauen Sie sich's an. Beobachten Sie die Entwicklung und sagen Sie mir, wo ist der Aggressor? Ah, der ist einfach da links, die NATO. Das wird ja immer größer. Das ist richtig bedrohlich, ne? Au! Falsch! Der Aggressor ist selbstverständlich hier. Was? Wo? Ich seh den gar nicht. Na da! Die Krim, die brutal von Russland einverleibt worden ist. Ja, aber das andere ist doch viel größer. Ja, aber die Krim wurde brutal annektiert, während sich die NATO... ...friedlich erweitert hat. Und deshalb? Deshalb darf Russland das nicht als Aggression sehen, weil die anderen Länder sich ja nur aus Angst vor Russland freiwillig der NATO angeschlossen haben. So freiwillig, wie sich die Krim Russland angeschlossen hat. Au! Wieso denn? Was war das jetzt schon? Aber Putin hat doch nur wählen lassen, weil er gewusst hat, wie es ausgeht. Ach, verstehe. Wie in Bayern. Au! Au! Das ist doch... Die Krim, die Krim durfte sich nicht von der Ukraine unabhängig erklären, das verstieß gegen das Völkerrecht. Ja, Moment mal, Schottland will sich doch auch in einem halben Jahr unabhängig erklären. Ist das dann auch verboten, oder? Nein, das ist ein Notfall. Niemand darf gezwungen werden, englisches Essen zu essen. Ich hab mal gelesen, es gibt gar kein allgemeines Verbot gegen einseitige Unabhängigkeitserklärungen. Wer sagt sowas? Offensichtlich jemand, der von Völkerrecht nicht die geringste Ahnung hat. Ja, der internationale Gerichtshof zum Kosovo. Da habt ihr... Warum? Kosovo und Krim kann man nicht vergleichen. Schauen Sie, Barack Obama hat es doch erklärt. In Kosovo hat unter Aufsicht der UNO ein Referendum stattgefunden. Ach so. Aber warum war ein Referendum im Kosovo okay und auf der Krim nicht? Weil es im Kosovo nie ein Referendum gegeben hat. Ah, weil es im... Was? Dann hat Obama an der Stelle gelogen? Ja, aber das... So klingt es ein bisschen Amerika-feindlich. Ja, Entschuldigung, wie sollen wir es denn sonst ausdrücken? Was jeder Kriegsgrund des Westens in den letzten Jahren war, im Nachhinein hat sich als Lüge entpuppt. Ja, was weiß ich, hier Kosovo, Irakkrieg, 1 Irakkrieg, 2 Massenvernichtungswaffen, Hunderttausende von Toten. Ich meine, ganz ehrlich, wie sollen wir dem Westen überhaupt noch irgendetwas glauben? Sie müssen dran glauben. Aber wenn das alles bisher eine Erfindung war, dann sind doch auch unsere westlichen Werte nur eine Erfindung. Nein, nein, nein. Unsere westlichen Werte, also Abstimmungen... Lügen, Massenvernichtungswaffen. Genau. Die dürfen nicht in die Hände der falschen Leute geraten. Ah, und deswegen darf Putin nicht das Völkerrecht brechen oder lügen oder wählen lassen. Obwohl er es tut. Denn wenn die Bösen etwas Böses machen, ist es böse. Wenn die Guten etwas Böses machen, ist es gut. Und wir sind die Guten. Jetzt habe ich endlich diesen Film verstanden, Captain America 2. Da wird jemand gefragt, doch, soll, da wird jemand gefragt, wie kann ich die Guten von den Bösen unterscheiden? Und er sagt, wenn sie auf dich schießen, sind sie böse. Yes, ihre Werte sind wieder vollkommen in Ordnung. Also nein, das kann man auch... Nein, das kann man auch positiver ausdrücken. Die EU ist ja auch Friedensnobelpreisträger und so. Fuck the EU. Fuck the EU. Ja, von Wagner, was soll denn das jetzt? Reißen Sie mal zusammen. Was haben Sie denn da? Das Assoziierungsabkommen. EU und Ukraine. Haben Sie es gelesen? Überflogen. Und? Naja, war schwer zu lesen. Aus 10.000 Meter Höhe. Sie sind wie unsere Journalisten. Ja, glauben Sie, was wird da schon drinstehen? Mehr Handel, mehr Demokratie. Ja, darüber haben die Medien ja auch berichtet. Aber nicht über den militärischen Teil dieses Abkommens. Gucken Sie mal hier. Paragraf 3. Mehr Zusammenarbeit bei Kriegseinsätzen, gemeinsame Rüstungsprojekte und, und, und. Aber das hätte ja auch vielleicht erklären können, warum Russland so aggressiv reagiert. Ne? Ach, Hörn Sie doch mal auf jetzt. Ist doch lang. Wenn Sie es noch von mir nicht glauben wollen, dann nehmen Sie eben die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz. Also wir, die Medien, hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und das auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Verkünden müssen. Verstehen Sie? Verkünden müssen. Haben Sie aber nicht gemacht, weil das nicht ins Bild passt von der Friedensmacht EU, die vom bösen Ivan bedroht wird. Na ja, jetzt behaupten Sie gleich noch, die deutsche Presse sei beim Thema Russland einseitig. Da bin ich nicht der Einzige. Hier, die Redaktionen werden von Leserbrief-Protesten geradezu überschwemmt. Na ja, das sind ja auch alles völlig unabhängige Journalisten. Die lassen sich Ihre Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht. Bitte? Kennen Sie folgende Organisationen? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das Espen-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Skier leihen. Oh Gott. Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Okay, also. Wir sagen mal so. All diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Nicht? Mehr Rüstung. Das sind sozusagen NATO-Versteher. Hier, in diesen Vereinigungen, da treffen sich Militärs und Wirtschaftsbosse und Politiker in diskreter Atmosphäre. Ah, transatlantische Swinger-Clubs. Toll! Ja. Oh, nein, mal. Kann ich da mitmachen? Nein, die nehmen nur einflussreiche Eliten. Ich habe eine Fernsehsendung. Reicht das nicht? Nur wenn Sie das heute-Journal moderieren würden. Moment mal. Der Cornelius, der Auslandschef der Süddeutschen, Joffe, Herausgeber der Zeit und der Nonnenmacher von der FAZ und der Auslandschef der FAZ der Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Oh, das ist aber ein ganz schön dichtes Netzwerk, sagen Sie mal. Und jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu einem dieser Lobbyorganisationen? Jede Linie, ja. Na ja, gut, die sind dann nur da, um zu recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht. Die sind dann Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott. Das war die Anstalt. Heute besetzt von Alphonse Abdelkarim und Konstantin Wecker. Wir kommen wieder am 27. Mai. Bis dahin, bleiben Sie friedlich. Wir kommen wieder am 27. Mai. Bis dahin, bleiben Sie friedlich.